jetzt geht es weiter mit panthers phase war nächste mission mission ziele hauptziele nehmen sie den gutshof an der landstraße ein hauptmann hans von grünen uns überleben ich bin bereit wo sind die verbunden meine männer sind ausgezeichnete soldaten die fahrt kann losgehen okay wieder eine kleinere karte nicht so gemetzelt und geschlachtet wie in der letzten folge leider ist uns im visier ja leider ist das briefing also das briefing was von der mission immer kommt speicherpunkt nicht laden die letzte mission müssen wie lautet der befehl wo sind die verbunden los weiter wir haben mich getroffen ok motor starten motor starten die haben uns voll ja vorwärts in richtung zielpunkt die haben nicht getroffen oh gott ich wurde getroffen nirgendwo du überlebst es doch ich stehe in die sache feuer frei unter beschuss befehl feuer bald ist dein neuer befehl fertig wir befinden uns unter beschuss was ja attacke werden beschossen explodiert sowieso gleich die fahrt kann los gehen fahren wir machen wir uns auf den weg so was hier und schöne mühle wir sehen ob wir morgen ein geheimziel finden oder so meine männer sind ausgezeichnete soldaten ja mein arzt koffer steht schon bereit ich muss auf der ruf sein ok ok und los wir haben uns im visier schon unterwegs die fahrt kann los gehen ach sie ist schon down wer braucht meine hilfe los ein neuer befehl ist fällig sie haben mich getroffen ey cooler oldtimer wer braucht meine hilfe aber mach nicht die mühle kaputt hier nicht die schöne mühle kaputt machen hier Herr Kommandant Aufgabe klar da gibt es ja Geheimziele oh muu 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 da gibt es schon eine milch lecker milch können wir melken schade komme nicht dahin vorwärts gehts können sie melken nein schade Bewegung die fahrt kann los gehen los bewegung machen wir uns auf den weg da gibt es ja kein Geheimziel wer ist verletzt worauf warten wir worauf warten wir feuer die haben uns im visier feuer immer drauf was ist passiert wo sind die verwunden los bewegung es kann los gehen los gehts los bewegung die karte ist ja nicht so groß dass ich mal ein bisschen erkunden dass wir mal ein Geheimziel finden bewegung los jetzt wenn hier eins vorhanden ist oh ich warte auf anweisungen bison die anderen stehen ja noch rum hier transporter hier ich hab schon wieder kein munitions transporter gekauft oh man ich bin bereit los gehts ok ok machen wir uns auf den weg die fahrt kann los gehen keine geheimen mission fahren wir motor an die fahrt kann los gehen befehl schon unterwegs bitte in richtung zielpunkt ich bin bereit los jetzt wir werden angegriffen ich bin bereit und schuss engländer das ist passiert was ist passiert die fahrt die sanität am ende das geschützt wie lautet der befehl ich bin bereit los bewegung und nun aufgabe klar ich bin bereit fahren wir was ist passiert ich helfe dir lasst mich durch ich bin arzt hm die bagaster schieben schieb drückt und schieb los und schieb ich bin bereit vorwärts ich bin bereit machen wir uns auf den Weg ja bitte wie lautet der befehl vorwärts in richtung zielpunkt vorgescheuche ich bin ein traktor können wir ein bisschen ackern schauen ein neuer befehl ist fällig worauf warten wir los los geht also ich warte auf anweisungen ok 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 bitte los jetzt was ist passiert ich helfe dir wie lautet der anhängen da geht schneller alles ok Meine Männer sind ausgezeichnete Soldaten. Los geht's. Und los. Fahren wir. Kein Traktor. Da. Das ist natürlich ein bisschen. Hübsch. Die Fahrt kann losgehen. Die Fahrt kann losgehen. Machen wir uns auf den Weg. Los. Los, los, los. Hier, Herr Kommandant. Aufgabe klar. Ja, bitte. Befehlgung. Befehlgung. Wie lautet die Aufgabe? Kommandant, Aufgabe klar. Worauf warten wir? Motor ran. Fahren wir. Motor ran. Haben die gar nichts ausgepflanzt? Die Mega-Bund-Nummer-Brettern hier unten mit dem Panzer. In der Lappen-Schön-Kettenspur. Ich muss auf der Hut sein. Machen wir uns auf den Weg. Motor ran. Befehlgung. Ich bin bereit. Also, los geht's. Ich warte auf Anweisung. Nicht viel Gegenwehr. Komm, oder nur? Aufgabe klar. Hier, Herr Kommandant. Ja, komm mit hier. Los. Oh. Und nun? Hans, komm. Vorwärts in Richtung Zielpunkt. Steck mal aus, Hans. Hier, komm mal her. Unter Beschuss. Oh, Hans steckt wieder ein. Hans, du musst deine Lolli mit. Okay. Die Fahrt kann losgehen. Feuer frei. Feind in Sicht. Ist der Kogen. Unter Beschuss. Fuß einheiten weg. Hier, Bison. Komm. Hier, Herr Kommandant. Fahrzeug meldet sich. Seel im Visier. Ja. Los. Bitte. Oh, oh. Die Fahrt kann losgehen. Ich will eigentlich ein bisschen ackern. Bitte. Schon unterwegs. Vorwärts in Richtung Zielpunkt. Okay. Unter Beschuss. Ziel im Visier. Mach ihn weg. Komm, mach ihn weg. Oh. Die Grenadiere hier auch. Sein in Sicht. In Deckung. Feuer frei. Mach sie weg. Wie lautet die Aufgabe, Kommandant? Fahrzeug meldet sich. Pison, komm. Wie lautet der Befehl? Stopp! Befehl? Und nun? Ziel im Visier. Los. Ich brauche mal hier Rückzug. Geh mal hier zum Apparaturfahrzeug. Schnell, komm. Ich warte auf Anweisung. Fahr zu, Fahr zu. Knapp. Befehl? Feuer! Hier, Herr Kommandant. Der Visum. Baller mal rauf da. Hans muss nur ackern. Meine Männer sind aufgezeichnete Soldaten. Ja, komm, Hans. Alles läuft nach Plan. Okay. Geh mal ein bisschen auf dem Traktor, Hans. Ja, bitte. Und los. Hauptmann Steiner, Hauptmann Steiner, die Luft ist rein. Sie können losfahren, Herr Hauptmann. Danke, Hans. Wir machen uns sofort auf den Weg. Achtung, Leute. Mathilda-Panzer greifen aus Richtung Norden an. Okay. Wie geht's weiter? Los. Fahren wir. Hans wollte auch noch ein bisschen ackern. Motor ran. Die Fahrt kann losgehen. Los. Los. Ja, ganz schön ackern. Ackern. Los. Ja, Hans, komm, noch eine Runde. Los geht's. Fahren wir. Geiler Ultimer, ey. Motor starten. Motor starten. Motor ran. Düdüdü. Machen wir uns auf den Weg. Machen wir uns auf den Weg. Okay. So, Hans, genug ackert hier. Komm. Schnell in Panzer rein. Und weiter geht's. weil da kommt gleich besuch haben wir hier kein lager zum auffüllen wie sonne die aufgabe kommandant wie lautet die aufgabe kommandant geschützlos stellt das geschütz auf die schütz aufstellen wer braucht meine hilfe die munition die aufgabe kommandant also los gehts scheiße die fahrt kann losgehen die fahrt kann losgehen wo sind die ja also los gehts wie lautet die aufgabe kommandant ja wo sind die tanks scheiße ach hier oder was ach du heilige komm hier ja ja toll die hälfte ist schon hinüber oder was alter nein der ist gleich hinüber nein auf ab auf ab nein scheiße alles läuft nach klar wir haben zu wenig munition zu wenig munition na toll na toll wo ist unser reparaturfahrzeug und nun da oben steht er rum ich krieg die krisel reparaturfahrzeug und wieder ein panzer verloren auf unsere wie lautet der befehl worauf warten wir ok wie lautet die aufgabe kommandant scheiße komm hier nochmal reparieren hier hier herr kommandant feuer bitte so ein mist wer braucht meine hilfe die kanone steht da rum lasst mich durch ich bin arzt haltet noch einen moment durch was nein reparier doch boah war das knapp ist da noch einer komm viel drauf da wie lautet der befehl da raus sicher ja jetzt haben wir den panzer schon verloren nein keine chance wie lautet der befehl ja der tot soll euch holen leute was ein chaos hier hier stehen unter feuer ja alles kommt zu befehl ich bin bereit das ist viel zu gefährlich viel zu gefährlich was soll ich machen ey es kommen hier gegner von rechts noch wir haben sie abgelost jetzt wie gehts weiter unter beschutzt den feind aufhalten feuer frei bewegung bewegung bitte aufgabe klar ach das ist unversprechend du sagst das doch da vorne ist irgendwas die haben uns im visier die haben uns im visier hilfe in ordnung hier Herr kommandant ich bin so blöd die haben uns im visier so ballert jetzt mal los wir werden angegriffen wir brauchen einen Arzt nein wir sind schwer verwundet Befehl wie lautet der Befehl ja feuer frei wie hab ich getroffen nein ich bin so ein Pfosten ey Leute ich bin so ein Pfosten da stehen die ganze Zeit die Einheiten hier rum ich dachte das ist ein Transport der durchgehen muss der Motor streicht bald ja toll ey mach den da weg ey komm ja alles ok Fahrzeug meldet sich feuer frei mach den noch da weg halleluja ey ich warte auf Anweisung alles ok so reparieren ok die Fahrt kann los gehen ok und nun ankoppeln ankoppeln befehl die Fahrt kann los gehen ok die Fahrt kann los gehen oh was ein Chaos was ein Chaos wir müssen hier runter ey ok Han so ist Hans alles läuft nach Plan los komm rein da läuft überhaupt nichts nach Plan ey halt die Goschen ey Fahrzeug meldet sich ok komm hier da reparieren ok wie lautet die Aufgabe kommandant oh man oh man oh man oh man ja vorwärts gehts ja also los gehts vorwärts in Richtung Zielpunkt ich warte auf Anweisungen ich warte auf Anweisungen ja Anweisungen wieso keine Motion mehr los Bewegung ja vorwärts in Richtung Zielpunkt alles ok ich warte auf Anweisungen schon unterwegs hm 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 das ist eh keine Motion das ist eh egal und nun bitte vorwärts in Richtung Zielpunkt ich warte auf Anweisungen oh gib Gas Leute gib Gas wir müssen da runter Fahrzeug meldet sich ja Motor starten da links wir befinden uns unter Beschuss nein befehl ok werden beschossen wie lautet der befehl die haben uns im Visier wir sind schwer verwundet ja komm ich muss einer komm geh euch opfern hier vom hinlegen aber schnell komm wir werden angegriffen wie lautet der befehl was oh nee jetzt ist nicht der Panzer gelungen schießen die dann nicht kein Emulsion mehr oder was Ziel im Visier aber wir haben uns im Visier sicher wir müssen das sind auch fette kanzler von einem engländer und treten was sind das engländer oder was oder wie oder 52 von 97 schon verloren Wir stehen unter Feuer Los Nein Was macht ihr denn? Ja, ja, Befehl Befehl, verstanden Ich warte auf Anweisungen Fahrzeug meldet sich Muss Hans Wie lautet der Befehl? Hans? Was machst du da oben, Hans? Bald ist ein neuer Befehl für dich Hier, Herr Kommandant Steckst du denn aus? Bitte, verstanden Ich warte auf Anweisungen Für Befehl Ja Worauf warten wir? Los Los Motor starten Oh, Mann, 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 Mann Also, los geht's Wie lautet der Befehl? Fahrwärts, Kameraden Besse, ach, hier oben steht noch eine Kanone rum Na, klasse Ja Also, los geht's Also, los geht's Achso, Trax, Sicherheit 62 von 97 Ich dachte, wir haben verloren Ach, jetzt ist es doch Kommt da noch was oder kommt da nix mehr Also an Gegnern Bald ist ein neuer Befehl fertig Ja, optional Ziele, okay, haben wir auch schon abgeschlossen Da kommt was Da kommen sie wieder Okay Die haben mich getroffen Oh Gott, ich wurde getroffen Okay Fahrzeug meldet sich Wir sind sehr verwundet Hier, Herr Kommandant Das ist doch ein Pfosten, ey Wir stehen unter Feuer Ich warte auf Anweisungen Stecke fest Wir haben viel Blut verloren Okay Nein, haut ab Die haben uns im Visier Haut ab Ja, alles okay Alles okay Okay Hans, geh mal ablenken Komm, Hans Wir brauchen einen Arzt Ja Die Fahrt kann losgehen Ja Los, Bewegung Wie lautet der Befehl Ja Ankoppeln Ey, die brauchen so lange, ey Das ist doch zum Bitte Aufgabe klar Okay Los, Bewegung Befehl Ziele Ziele erfolgreich Zerstören sie ja sämtliche mal M-K-2-Manser, ey Sämtliche, ja Also los geht Ziele M-K-2-Manser, ey Hier, der Kommandant Hier, der Kommandant Ja, bitte Wir sind schwer verwundet Sicher? Ja, sicher Ja Alles läuft nach Plan Motor an Ach, der Panzer ist kaputt Wir werden angegriffen wie lautet der Befehl es kann losgehen Hans, komm, mach ihn weg, Hans hier, Herr Kommandant, die haben uns im Visier vernichten und nun oh, schieß doch schieß doch, Hans oh, die fressen einen Schaden, ey wie lautet die Aufgabe schießen die überhaupt noch hier? schießen gar nicht, sind sie zu weit weg, oder was? vorwärts, Kameraden, verstanden ja, vorwärts in Richtung Zielpunkt, schon unterwegs wie lautet die Aufgabe Kommandant, in Ordnung hier, Herr Kommandant ich warte auf Anweisung wir werden angegriffen so, jetzt ich warte auf Anweisung man, ey okay hier, Herr Kommandant, los ja, bitte, also, los geht's der greift doch an wer tot soll euch holen ja, stirbt doch wer braucht meine Hilfe wer braucht meine Hilfe es kommt gleich Hilfe ich helfe dir nein, da kommen schon die nächsten bald ist dein neuer Befehl fertig Hans, Hans, du brauchst Heilung hier, Herr Kommandant wo ist die Reparaturfahrt? da wie lautet die Aufgabe, Kommandant? oh, die geht da oben hin die geht da oben ankoppeln, wieder ankoppeln hier, Herr Kommandant und nun? los! los wie lautet die Aufgabe, Kommandant? vorwärts in Richtung Zielpunkt in Stattestung, geht ja wir haben uns im Visier wir werden angegriffen los geht's Motor an ich bin bereit machen wir uns auf den Weg Sanitäter, hierher los, Bewegung vorwärts, Kameraden nein, wir befinden uns unter Beschuss wie lautet der Befehl los, weiter fort, los wie lautet der Befehl nein, wir müssen da schießen ich warte auf Anreise das Fahrzeug ist schwer beschädigt das Fahrzeug ist schwer beschädigt ja, ich weiß ich weiß ich weiß das wird knapp das wird richtig knapp dann verlieren wir gleich die haben uns im Visier der muss nur streif halten ähm bei dem der Panzer steht hier immer noch vor hierher Kommandant bitte? steht mal auf, ein guter Panzer, ey Pfosten ich warte auf Anweisungen so Panzerabwehrkanun erst mal reparieren unter Beschuss nein scheiße na ich war doch schon wieder irgendwo Panzer Fahrzeug meldet sich muss man doch schnell reparieren bitte? ankoppeln wie lautet der Befehl? wie lautet die Aufgabe Kommandant? ist ja nur noch irgendwo Panzer da hört ihr das auch? wir fahren irgendwo Panzer wie lautet der Befehl? vorhut los vorwärts in Richtung Zielpunkt hier sind doch irgendwo Panzer versteckt los Bewegung vorwärts Kameraden unter Beschuss da die Fahrt kann losgehen wer ist da vorn? oh los Bewegung die Fahrt kann losgehen schon unterwegs wenn die Kanone oh da kommt oh oh Aufgabe klar fahren wir unter Beschuss vorwärts in Richtung Zielpunkt das Fahrzeug die Dichtung der Bestellung wir sind da vorn? los ja und nun ziel im Visier wir werden angegriffen wie lautet die Aufgabe Kommandant ok vorwärts in Richtung Zielpunkt so ja wir werden ruhig konzentrieren das ist ja auch schon wieder vollgeladen im Leben die haben uns im Visier attacke wir sind schwer verwundet wie sind das die letzten jetzt hier und nun vernichten vernichten ja los komm Hans wir haben hier Hans hier Herr Kommandant ja ziel im Visier bitte Hilfe muss doch Reichweite oder was sterzen dass die 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 schweige ぶ Ziel erfolgt euch.